Der Kampf um den Titel «Beste Kochfamilie der Schweiz» geht in die heisse Phase. «Family Food Fight» gewinnt man nur als Familie. Das wird nicht durch. Mach einfach rein! Einzelspieler funktionieren nicht. Unmöglich. Du musst deine Beilage-Salat machen. Was spürst du? Banane. Dann mache ich genau das Gegenteil von Mami. «Family Food Fight» am Samstag, 20.15 Uhr in Sadeinschweiz. Herzlich willkommen!